Und jetzt wisst ihr, warum ich das Ganze mache. Aus Eigennutz und natürlich aus Werbung, denn der Kalender wird zum Verkaufen sein, zwölf Seiten zum Umklappen, gedruckt auf A3. Heyho, guten Morgen, meine lieben kreativen Zeichner und Nicht-Zeichner, Lurker und Zuschauer, Schreiber und Nicht-Schreiber. Ich bin Nächster, ich bin Grafiker, der mich kennt, der kennt auch den Text. Ich bin Zeichner, Illustrator und Künstler und ich zeichne gerade aktuell den Jahreskalender für nächstes Jahr und ich möchte euch daran teilhaben lassen und Aufzeichnungen für mich haben, wenn ich mal alt bin oder für alle anderen, die mich noch kennen, wenn sie mal alt sind und mich nicht mehr gibt, dann kann man da bei YouTube nachgucken, denn da werde ich einige der Sachen natürlich gerne weiter behalten, veröffentlichen und stehen lassen. Mal gucken, was damit passiert später irgendwann. Und jetzt wisst ihr, warum ich das Ganze mache. Aus Eigennutz und natürlich aus Werbung, denn der Kalender wird zum Verkaufen sein, zwölf Seiten zum Umklappen gedruckt auf A3. So, und manchmal, doch, es gibt ja eine Lurker-Maus. Wer mir followed, der hat die auch in seinem Repertoire. Okay, gut, Musik geht jetzt los und ich zeichne jetzt los. Wer was wissen möchte, schreibt es in die Kommentare oder in den Chat. Und ja, ich bin erstmal ruhig. Nebenbei muss ich meinen Kaffee trinken, den kalten natürlich, den zweiten. Und ja, ich bin erstmal ruhig. Und ja, ich bin erstmal ruhig. Und ja, ich bin masters, te holen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020